Wenn die kalte Jahreszeit ihren Höhepunkt erreicht und die Natur in Winterruhe verharrt, mag der Gedanke an Gartenarbeit weit entfernt erscheinen. Doch gerade im Februar, einem Monat, der oft noch von frostigen Temperaturen und der Ungewissheit des bevorstehenden Frühlings geprägt ist, gibt es eine wesentliche Aufgabe, die nicht aufgeschoben werden sollte, das Schneiden der Hecken. Diese Tätigkeit ist nicht nur eine Frage der Ästhetik oder der Pflanzenpflege, sondern auch eine rechtliche Notwendigkeit, die erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen kann, wenn sie vernachlässigt wird. Der Februar bietet sich aus mehreren Gründen als optimaler Monat für das Heckenschneiden an. Zu dieser Zeit befinden sich die meisten Gehölze noch in der Winterruhe. Was bedeutet, dass ihre Lebenssäfte noch nicht aktiv fließen? Ein Schnitt in dieser Phase ermöglicht es den Pflanzen, sich ohne großen Stress zu regenerieren und minimiert das Risiko von Krankheiten oder Schäden, die durch den Schnitt entstehen könnten. Dieser Zeitpunkt gewährleistet, dass die Hecken kräftig und gesund in die Wachstumssaison starten können. Neben den botanischen Vorteilen eines Winterschnitts gibt es auch wichtige rechtliche Bestimmungen, die beachtet werden müssen. In Deutschland regelt das Bundesnaturschutzgesetz die Zeiträume, in denen Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze geschnitten oder gerodet werden dürfen. Um den Schutz der heimischen Tierwelt, insbesondere der Vögel während der Brutzeit, zu gewährleisten, ist ein radikaler Rückschnitt von Hecken zwischen dem 1. März und dem 30. September untersagt. Zu Widerhandlungen können mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden, die je nach Bundesland und Schwere des Verstoßes bis zu 100.000 Euro betragen können. Daher ist es von größter Wichtigkeit, diese gesetzlichen Vorgaben zu beachten und den Heckenschnitt rechtzeitig vor dem Beginn der Schutzfrist durchzuführen. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass leichte Pflegeschnitte, die lediglich der Formgebung oder der Entfernung kleinerer, kranker oder abgestorbener Zweige dienen, auch außerhalb des genannten Zeitraums erlaubt sind. Diese sollten jedoch mit großer Sorgfalt und unter ständiger Beobachtung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine nistenden Vögel gestört oder deren Lebensraum zerstört wird. Darüber hinaus gibt es bestimmte Heckenarten, wie zum Beispiel Frühjahrsblüher, die von einem Schnitt im Februar ausgenommen sind. Für diese Pflanzen ist es ratsam, bis nach der Blütezeit zu warten, um ihre volle Blütenpracht im Frühling nicht zu beeinträchtigen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Schneiden der Hecken im Februar eine wesentliche Gartenarbeit darstellt, die nicht nur aus ästhetischen und botanischen Gründen, sondern auch aufgrund rechtlicher Bestimmungen durchgeführt werden sollte. Es dient dem Schutz und der Förderung der Gesundheit der Pflanzen sowie dem Erhalt der heimischen Tierwelt. Indem Gartenbesitzer diesen Rat befolgen, können sie nicht nur Bußgelder vermeiden, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz leisten. Letztendlich ist es die Verantwortung jedes Einzelnen, sich über die geltenden Vorschriften zu informieren und durch vorausschauendes Handeln einen harmonischen Einklang zwischen Gartenpflege und Naturschutz zu finden. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wieso du jetzt Bodenfutter streuen solltest, dann schau dir noch dieses Video an.